So, hier finden Sie nochmal mehr Informationen zu den Themenbunden, dass Sie schon ein bisschen einlesen können, nachlesen können. Und viele von Ihnen werden natürlich jetzt denken, tja, jetzt hat er selber so wahnsinnig viele Videos gezeigt, wie konnte er denn das eigentlich machen? Dazu muss man sagen, dass wir uns natürlich spezielle Medien rausgesucht haben, die es dann tatsächlich mit einem Creative Commons versehen sind. Und die elektrischen Reporter haben eine Creative Commons License und den Werbespot, den ich zum Schluss gezeigt habe, ist eine Art Werbespot, wo die Betreiber eigentlich hoffen, dass die in so einem Kontext wie dem hier auch tatsächlich wieder weitergezeigt werden und sozusagen viral vermarktet werden. Nochmal ganz kurz können wir uns das anschauen auf dem elektrischen Reporter-Homepage. Dort ganz unten finden Sie die Creative Commons. Und da steht man, okay, man muss sagen, dass man es von den Netzreportern hat, man darf es auch nicht kommerziell verwerten, aber ansonsten dürfen wir es halt nutzen. Und das hier nochmal die Website der Vereinigung, die dieses Think-Before-You-Post-Video gedreht hat. Da können Sie gerne auch nochmal hinschauen. In Deutsch gibt es natürlich auch und da habe ich auch schon ein Video von gezeigt in der Episode zum Thema Online-Communities. So, das war es jetzt aber wirklich. Viel Spaß und bis dann, ihr Carsten Wall. Bis zum nächsten Modul. Die Gerüge sind wir durch. Alles klar, tschüss.